Liebe Bernerinnen, liebe Berner, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen hier auf dem Bundesplatz zum Atemfest von unserem Berner Weihnachtsbaum, was so ganz schön imposant hinter mir steht. Mein Name ist Monika Erf und ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch Geldart sein kann von der schönen Beleuchtung, Erleuchtung von dem Atemfest hier in Berne. Ihr seht, imposant ist sie. 13 Meter Höhe hat sie die schöne Brotstamme, den Weihnachtsbaum, den wir uns in Kürze anzünden werden. Und für uns ist natürlich gross. Zwei Jahre ist man baumlos, quasi Weihnachtsbaumlos hier über den Bundesplatz geschritten. Und dank Berne X freut ihr es jetzt möglich, dass wir wieder so eine wunderschöne Weihnachtstanne haben hier auf dem Bundesplatz. Merci vielmal. Ja, herzlichen Dank an euch alle, an die Flashmob-Singers, respektive an Timmerchor Neufeld, und uns da wunderschöne Einstimmungen gemacht auf das schöne Atemfest. 250 Jugendliche unter der Leitung von Kürze.